UNTERTITELUNG Grace, kannst du mich hören? Cal, ich weiß nicht, was du getan hast, aber diese Warnscher und Ruinen haben ist ziemlich eilig zu verschwinden. Der Landeplatz ist frei. Ich lande die Westerlinge. Verstanden. Wir warten auf dich, Kleiner. Vielleicht hatte Ravis Recht. Dragon hat sich vom Jedi-Kodex abgewandt. Sieh ihn dir jetzt an. Verzehrt von seiner Besessenheit mit Tenalore. Worin unterscheidet sich das von dem, was wir tun? Mach dir keine Sorgen. Danke für deine Hilfe. Halt'n wir einen Moment an. Halt'n wir einen Moment an. Geht's losgehen, BD? Wohin geht's als nächstes? Ich wette, du hältst nicht lange durch. Ich weiß, ich weiß, komm schon, das, das wird schon. Salz in die Hautblase, was für ein Riesenkrach! Hast du Glocken statt Füße? Mal sehen, was da vor uns liegt, Kumpel. Ich muss meinen Geist frei machen. Bleiben wir in Bewegung. Augen auf, Drucker! Einer! Irgendein! Eindringlich! Nein, hinauf! Aufpassen! Schnell! Ich kriege die Koste! Komm von der Seite! Komm von der Seite! Ach! Bäh! 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 Es gibt immer noch keine Chance! Lassen Sie ihn und kämpfen! Ja, sonst kann er mal! Lassen Sie ihn nun kaum sehen! Die Treffer! Die Stellung halten! Die Treffer! Hier wimmelt es von Imperialen! Ich muss einfach weiterklettern! Die Raiders haben dem Imperium Angst angejagt. Das könnte ziemlich hässlich werden, BD. Die Sächte ist ziemlich schlecht. Da müssen wir durch! Die Treffer! Die Treffer! Die Treffer! Die Treffer! Der BD war früher sicherlich ein lebhafter Ort. Jetzt ist es eine Geisterstadt. Lass deine Sensoren laufen, BD. Ich traue diesem Ort nicht. Anscheinend müssen wir den Rest des Wegs klettern. Sicherer als zu Fuß. Nebel. Nichts als Nebel. Ich habe seit Wochen nichts als Nebel gesehen. Das ist die Höhe. Viel Deckung durch die Wolken. Danke, dass ich die Erwärmung habe. Ja, seine Hände! Was ist los? Kann ich nicht mehr kämpfen? An einigen nicht. Vielleicht hätte ich hier nicht treffen sollen. Integritätsgefährdet. Was macht er da? Zurück! Ein ziemlich großer Trupp, nur um eine Fähre zu sichern. Hier gibt es sicher etwas zu finden. Und... Zur Seite, Kumpel. Diese Träden haben es heute schwer. Ein Auslöschungstruppler. Dann hat er es wohl verdient. Was hast du? Ah, das willst du. Für dich, Kumpel. BD. Verschwinden wir! Eine Art elektrifizierbarer Pfeil? Vielleicht solltest du beim nächsten Mal einen Scan machen, bevor du das Feuer eröffnest. Feuer frei! Nein, das ist interessant. Prospektoren haben ihre Funde von dem Gipfel mit diesem Aufzug runtergebracht. Was ist das? 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 du bist dran bd1 da drauf Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war der Letzte Stehen bleiben! Ich lasse niemanden durch Ich habe gesehen, was du mit den anderen gemacht hast, Jedi-Abschaum. Aber bei mir gelingt dir das nicht. Selbst deine Zauberei kommt nicht durch 15 cm imperiales Stahlglas, oder? Du solltest die Tür öffnen. Ich sollte was? Das ist eine Inspektion. Du hast Befehl, mich durchzulassen. Das... das ist eine Inspektion. Ich habe Befehl, sie durchzulassen. Entschuldigen Sie die Verzögerung, Sir. Sie werden feststellen, dass alles nach Vorschrift ist. Hoffentlich. Geringe Willensstärke hält sie nicht davon ab, die Galaxis zu erobern. Feuer frei! Feuer frei! Dein Auftritt, BD. Dein Auftritt, BD. Ich weiß nicht, ob diese Garnison ein Angriff der Raiders übersteht. Ich weiß nicht was, aber wen hättest du gerne als Gewinner? Einen Rancor oder einen Gundark? Okay. Das ist hoch. Das ist ein weiter Weg nach unten. Wir sind so weit gekommen. Geht! Geht! Boat, wir sind unterwegs zum Observatorium. Bin schon unterwegs. Jetzt gilt es. Nicht nachlassen. Ich gebe dir Deckung aus der Luft. Die sehen modifiziert aus. Wahrscheinlich für diese Höhe. Geht! 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 Pass da draußen auf dich auf, Kerl. Raider und die Imperiale gehen sich gegenseitig an die Kehle. Damit werden wir fertig. Versuch Dagan zu finden. Roger. Die Raiders waren schon hier. Gute Arbeit. Machen wir uns auf den Weg nach oben. Gute Arbeit. 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 Viel Glück. Ich habe anscheinend einen Raider hinter mir. Muss ihn abschütteln. Kann's losgehen, BD? Wenn Sie untergehen, dann kämpfen Sie. Verbündete am Boden. Nur die Schnellen fliegen. Sie hat eine Überzeugungsverteidigung. Die Schnellen fliegen. Ihr sollt ihn jetzt entblieben. Gut gemacht, BD. Danke, BD. Halt dich fest! Der Becker ist Timing. Das war ich dir schuldig. Ich suche einen Landeplatz. Das ist doch ein Nicht-Schwert. Ziehe gesichtet. Gnade! Und Gnade? Gnade! Ich gebe niemals auf! Wie ist das? Wir haben es so gut wie geschafft. Wir haben es so gut wie geschafft. Versch... Er ist hier! No gonna see you! Du akkobatisch! Jämmerlich! Du hast begonnen, Herr Schnelli. Dagan Gerrard hat mich auserwählt, ein Erdachtliches langes Leben zu beten. Dann hat der Meister schlecht gewählt. Da musst du mir schon mehr ein... Dagan spart sich wirklich keine Mühe, um uns aufzuhalten, was? Da ist unser Mann. Du hast... du kannst die Erdacht zu machen. Ich kann hier das ein... Rassieren! Und jetzt erdacht werden. Das ist ein Erdachter. Du kannst dich nicht mehr sein! Ich kann dir... du kannst dich nicht mehr sein! Das war's für heute. Holen wir uns den Kompass. Imperiale gibt's hier fast keine mehr, was? Sie haben die Batlam Raiders unterschätzt. Ich sag dir eins. Degen mag wahnsinnig sein, aber er hat eine Armee, die an ihn glaubt. Sie glauben? Der einzige Weg führt nach oben. Kommst du, Schrottsammler! Mann, sieh dir das mal an! Unglaublich. Einfach... Unglaublich! Sieh dir diese Technik an. Weißt du, meine Tochter liebt technische Spielereien. Ja? Am liebsten hat sie diesen Schwarzmark-Scanner, den ich einem Huttenvollstrecke abgenommen habe. Ich war ein schrecklicher Vater. Niemand ist... Wo sind die ganzen Raiders? Ah, das gefällt mir gar nicht. Willst du diesen Knopf wirklich drücken? Haben wir eine Wahl. Gut, dann los. Einer für dich, einer für mich. Eliminiere den Jedi. Nicht von mir, dass du teilst. Eliminiere den Jedi. Danke, BD. Ich bin bei dir, Kerl. Gut gemacht, Kerl. Die Bösen machen niemals Pause, Kerl. Wir haben die Party gefunden. Noch jemand für Runde 3? Ist das schon die dritte Runde? Ich hab nicht mitgezählt. Hast du was gefunden? Eures Spielzeug, was? Die Wissenschaftler der Republik hatten's gut. Was machst du da eigentlich mit diesen Dingen? Jedi-Zeug. Mach dir keine Sorgen. Angeber. Da geht's zum Observatorium. Genau hinter der Armee von Badland-Brui. Hallo. Hinterher, Kerl. Sie werfen Granaten. Ich bin dran. Das wird ein Kettbewerb. Oh, das ist ein Kettbewerb. Ich bin bei dir, Kerl. Ich bin bei dir, Kerl. Ganz zurück. Die Fährenste. Fah. Euer Untergang ist unvermeidbar. Du weißt nichts über die Macht. Versucht es noch mal. Ihr seid eine Blattmarsche! Ich könnte euch vernichten und die Galaxis würde es nicht einmal bemerken. Was ist das? Ihr Erfernlicher Nerd! Du machst es nicht schön! Du musst eigentlich nur versuchen, ein Schmutzásitος zu treffen. thoughtsлив sind Nay corrupt. bla 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 passiv !